Schon bald werden wir uns entscheiden müssen zwischen einem einfachen Weg und dem richtigen Weg. Solange der Sucher den Schnatz fängt, hat sein Team eigentlich gewonnen und jetzt wollte sie wahrscheinlich zeigen, so nein, 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 nicht immer. Und da ist mir wirklich nochmal so eine Gänsehaut gekommen. Das war dann ganz besonders lustig, wenn er mir gesagt hat, im nächsten Teil stirbt Hermine und ich war so ganz schockiert, was, was? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das stimmt gar nicht. Dann sage ich immer so, ja, aber schaut doch mal, Hermine kritisiert das ja am laufenden Band. Und dann kommen die Leute, ja, aber sie ist die Einzige und alle belächeln sie dafür, alle machen sie eigentlich dafür fertig und es gibt keinen, der ihr zustimmt. Und dann habe ich jetzt gemerkt, krass, das stimmt tatsächlich. Nachdem ich mir eine etwas längere Pause in meiner Potter-Talk-Reihe gegönnt habe, habe ich nun Harry Potter und der Feuerkelch, den vierten Band der Reihe, gelesen. Hatte zwischendurch tatsächlich eine kleine Krise, generell so mit dem Potter-Universum, über die ich nachher noch sprechen werde. Und vor allem ist mir aufgefallen, es ist das erste Buch, bei dessen Verfilmung so unglaublich viel weggelassen wurde. Das ist mir mal wieder aufgefallen, wie viele Themen da vorkommen, die ich in den Filmen oder über die Filme schon ein bisschen vergessen habe. Wie zum Beispiel Backman, Winky, die Hauselfe, die ganze B.11.R-Thematik. So viele Charaktere und Themen, das Quidditch-Spiel bei der Weltmeisterschaft natürlich nicht zu vergessen. Es wird jetzt auch wirklich richtig düster in diesem Buch. Ich habe beim dritten Teil ja noch gesagt, das ist so ein Übergangsband, der nicht mehr so richtig kindlich ist, aber auch noch nicht so richtig düster. Hier wird es jetzt richtig düster, ganz besonders am Ende dann. Und wir haben wieder sehr viel zum Interpretieren und Bezug nehmen auf unsere eigene Welt, auf unsere eigene Realität. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe viel zum Reden über diesen Band und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Teil. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Teil meiner Pottertalk-Reihe. Ich hatte diesmal ein bisschen eine längere Pause, weil ich einfach gesagt habe, okay, nach drei Teilen, die ich dann doch relativ schnell hintereinander gelesen habe, wird es mir vielleicht nicht schaden, nochmal ein bisschen Abstand zu nehmen, weil ich doch immer wieder merke, okay, Harry Potter ist eine Reihe, die mich bis heute mega fasziniert. Das ist immer noch eine mega coole Reihe, aber ich habe es auch nun mal schon super oft gelesen, super oft die Filme gesehen, super oft die Hörbücher gehört. Und da muss ich dann immer mal wieder ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht zu viel des Guten sozusagen antue, immer mal wieder kleine Pausen machen. Und jetzt hatte ich ein paar Monate dazwischen, wo ich versucht habe, mit Harry Potter möglichst wenig zu tun haben, um mich dann wieder richtig auf Band 4 freuen zu können. Das war jetzt der Fall. Ich habe den Teil angefangen, zwischendrin tatsächlich so eine kleine Krise gehabt, über die ich auch schon in meinem letzten Lesemonat ein bisschen gesprochen habe. Da ging es viel um die J.K. Rowling-Thematik, mit der ich mich zum ersten Mal ein bisschen mehr als bisher beschäftigt habe, was dazu geführt hat, dass ich tatsächlich sehr viele Dinge in der Buchnummer infrage gestellt habe. Ich konnte das in dieser Phase gar nicht mehr richtig genießen, weil ich bei allem so überlegt habe, okay, ist das jetzt kritisch zu betrachten, ist das problematisch? Da habe ich mich ein bisschen reingesteigert, glaube ich. Ich habe dann nochmal ein bisschen den Abstand gesucht, bis ich wieder so ein bisschen auf meinen eigentlich ursprünglichen Standpunkt zurückkommen konnte. Also, ja, J.K. Rowling ist definitiv zu kritisieren als Person, aber ich muss auch nicht mit ihr befreundet sein, ich muss auch nicht sie auf einer Bühne sehen und ihr zujubeln. Sie kann mir relativ egal sein und über das eine große Problem, über das ich nachgedacht habe, viel, werde ich später noch sprechen. Jetzt beginne ich erstmal mit dem ersten Thema, mit dem Anfang. Leute, der Anfang war ja mal unglaublich düster schon für ein Harry Potter Buch, die ja bis jetzt immer mit den Dursleys tatsächlich angefangen haben. Und ich weiß nur, wie ich mit, ich weiß nicht, wie eigentlich war, 9 oder 10 eben dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe, beziehungsweise von meiner Mutter vorgelesen bekommen habe. Und völlig geflasht war, also ich war wirklich aus dem Häuschen, ach du Scheiße, das geht einfach los und wir sehen direkt so eine Voldemort-Figur. Also das fand ich unglaublich krass und ich hatte sogar damals so einen, also so einen Klassenkamerad, wo ich wusste, der kannte alle Bücher schon. Und ich habe den auch immer tatsächlich ausgequetscht. Ich wurde in so vielen Dingen zu Harry Potter einfach hart gespoilert, weil ich das auch einfach wollte. Ich war immer so, sag mir, was als nächstes passiert, sag mir, was als nächstes passiert. Teilweise hat er mir auch falsche Dinge gesagt, das war dann ganz besonders lustig, wenn er mir gesagt hat, im nächsten Teil stirbt, Termine. Und ich war so ganz schockiert, was, was? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das stimmt gar nicht, aber viele Dinge hat er mir tatsächlich auch gespoilert. Aber dieser Anfang auf jeden Fall, der war richtig düster und da weiß ich nur, wie ich zu ihm gesagt habe, ja, ich habe jetzt den vierten Teil angefangen und alter Falter, direkt Voldemort am Anfang, Jesus Christ. Das fand ich richtig crazy. Aber auch eben aus heutiger Sicht, wenn ich das hier nochmal lese und anhöre, ist das eine coole Atmosphäre, wie man in diesem Muggeldorf ist und diesen Muggel begleitet, der aus dem Weltkrieg zurückgekommen ist. Alle Leute im Dorf halten ihn für so einen Spinner ein bisschen verrückt und dann geht er da hoch, denkt in dieses Haus, was schon seit Jahren verlassen ist, wo früher diese Riddle-Familie gewohnt hat. Und er denkt, die Jugendlichen machen da ein bisschen Lagerfeuer. Dann geht er rein und trifft Wurmschwanz und Voldemort überhört geheime Dinge, denkt, das sind irgendwelche Spione, irgendwelche Verbrecher. Also, aber auf die Idee, dass das Zauberer sein könnten, kommt er nicht. Und als sie das später behaupten, dann denkt er auch, die sind halt einfach völlig durchgedreht und dann wird er tatsächlich getötet. Und ich glaube, das war der erste Mord, den wir so aktiv in der Harry-Potter-Reihe mitgekriegt haben. Das hat mich, glaube ich, also, das ist, glaube ich, wirklich so der erste Mord oder in dem Sinne schockiert das dann wahrscheinlich schon. Aber der erste Mord, der so richtig hart schockiert, der passiert erst am Ende von diesem Teil. Also, da ging es mir als Kind dann so, aber auch jetzt als Erwachsener so, aber da spreche ich dann nachher nochmal drüber. Harry wacht dann auf, seine Narbe tut weh und das ist jetzt hier das erste Mal, dass man, ja, so ein bisschen mehr über diese Narbe und diese Verbindung zu Voldemort erfährt. Das erfährt man alles auch erst später so ein bisschen. Es geht nicht nur um, Voldemort ist in der Nähe, sondern auch Voldemort spürt krasse Emotionen. Und das war ja bisher gar nicht so gut möglich, weil er eben so wenig war. Voldemort war gar kein Körper. Aber er war eigentlich weniger als lebendig. Und deswegen war das bisher nicht so. Aber jetzt gewinnt er an Macht und deswegen kommen auch die Gefühle weiter zu Harry durch. Ja, Harry wird dann von den Weasleys eingeladen zur Quidditch-Weltmeisterschaft, was ja schon am Ende vom dritten Teil tatsächlich angeteast wurde. Ron hat irgendwie was gesagt von wegen, vielleicht laden wir dich ein oder vielleicht holen wir dich rüber. Aber sie holen dann Harry ab, was eine geile Aktion ist, was auch einfach etwas ist, was im Film gar nicht vorkam. Ich glaube, im Film kommen sogar in diesem Teil die Dursleys gar nicht vor. Nach diesem Albtraum von Harry mit dem Frank Bryce ist er einfach direkt bei den Weasleys und sie gehen sofort los zur Weltmeisterschaft. Aber hier wird er erstmal abgeholt. Die Weasleys wollen mit Flohpulver bei den Dursleys ankommen, aber haben nicht damit gerechnet, dass Mr. Dursley den Kamin zugemauert hat. Und das ist eine lustige Situation. Mr. Weasley und Vernon kriegen sich in die Haare. Vernon rastet vollkommen aus. Dudley kriegt so einen Zungenschwellzauber ab von Fred und George tatsächlich. Es ist eine sehr absurde und ein bisschen lustige Szene auch, die aber auch nochmal so ein bisschen zeigt dieses, weil Mr. Weasley dann tatsächlich zum ersten Mal so richtig sauer wird und sagt so, Hey, meine eigenen Söhne verstoßen jetzt hier gegen den Schutz von Muggeln sozusagen, indem sie diesen Muggel, diesen Zungentorfi ergeben sozusagen. Das zeigt nochmal so, dass das ein großes Thema ist für die Zauberer, dass das eine wichtige Sache ist, die Muggel vor der Zaubererei sozusagen zu schützen. Und das merken wir dann auch bei der Weltmeisterschaft Planung. Mr. Weasley erzählt das dann, als sie bei der Weltmeisterschaft sind, so ein bisschen, dass das ein Riesen-Act ist, diese Weltmeisterschaft vor den Muggeln zu verbergen, dass du erstmal natürlich einen Platz finden musst, wo alle hinpassen, aber dann auch dafür versorgen musst, dass die Muggel da nicht zufälligerweise vorbeikommen, dass man dann so Zauber aufbauen muss, dass alle Muggel, die da irgendwie hinkommen, plötzlich daran denken, dass sie irgendwas Wichtiges vergessen haben und deswegen wieder umkehren oder so. Oder der Platzwart, dem muss man eigentlich dreimal täglich einen Gedächtniszauber verpassen, weil er zu viele Fragen sonst stellt. Genau. Und dann erfahren wir zum ersten Mal oder sehen zum ersten Mal, dass es halt auch andere Länder in der Zaubererwelt sozusagen gibt. Also, dass es nicht nur England gibt, wo wir bisher immer waren, sondern dass es halt auch bulgarische Zauberer gibt zum Beispiel, die jetzt eben auch bei der Weltmeisterschaft dabei sind oder die Iren. Und ja, ich finde das einen coolen Ansatz und ein cooles Thema, eine coole Entscheidung zu sagen, man erweitert jetzt diese magische Welt so ein bisschen nach außen. Aber dafür, dass das eigentlich immer so groß geschrieben wird, diese internationale Zusammenarbeit beim Turnier oder auch bei der Weltmeisterschaft, passiert dann doch dahingehend relativ wenig. Also, die Hauptfiguren haben eigentlich relativ wenig mit den ausländischen Schülern und Schülerinnen zu tun, außer beim Trimagischen Turnier, wo sie dann aber Gegner sind. Und erst am Ende ist dann quasi die Kurve gekriegt, wo es noch eine gute Lektion gibt und wo ich dann auch als Erwachsener sage, die komplette Entwicklung dieser Thematik ist richtig gut gemacht. Bloß im Hinblick darauf, dass es eben ein Kinder-slash-Jugendbuch, sage ich mal, Jugendbuch ist, ist das vielleicht alles ein bisschen zu subtil gemacht. Aber wenn man das mal zusammenfasst, ist es ja quasi so, dass wir jetzt erfahren, okay, es gibt nun mal auch Zauberer in anderen Ländern, aber die sind halt fremd und da muss man aufpassen. Harry wird immer wieder gesagt, dass er ja nicht mit Krumm rumhängen soll, weil Krumm ist aus Durmstrang und da muss man aufpassen. Und auch Hagrid sagt dann irgendwann mal über Madame Maxime, ja, die Franzosen, da musst du aufpassen, da weißt du nie, woran du bist und sowas. Also, das ist schon, also ja, ist schon irgendwie seltsam, vor allem, weil jetzt auch ein Hagrid, sage ich mal, oder ein Sirius, der auch sagt, halte ich von Krummfern, sind ja Vorbildfunktionen und also wirklich Mentorenfiguren, die sich auch der Leser, die Leserin zu Herzen nimmt, wenn man noch ein bisschen jünger ist und so vor allem. Und erst am Ende, aber das ist dann auch das Wichtige und ist dann quasi der Punkt, dass tatsächlich dieses Ereignis, das Voldemort zurückkommt, dazu führt, dass jetzt alles gewandelt wird. Dumbledore hält seine Abschlussrede, auch diese Trauerrede zu Cedric so ein bisschen und er sagt, okay, wir müssen jetzt zusammenhalten. Was Voldemort erreichen will, ist, uns zu trennen, uns zu separieren. Damit würden wir ihm nur in die Karten spielen. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Und er schickt Hagrid und Madame Maxime gemeinsam los auf eine Mission für die gemeinsame Aufgabe, sozusagen. Auch von Krumm erfahren wir, dass er eigentlich kein übler Kerl ist. Also das wussten wir vielleicht schon vorher oder haben sie uns gedacht. Aber das wurde dann zwischendurch ein bisschen getrübt, weil er dann im Labyrinth einen unverzeihlichen Fluch gegen Fleur benutzt hat, wo wir dann am Ende natürlich erfahren haben, das war, weil er unterm Imperius-Fluch stand. Und jetzt wissen wir, es ist ein netter Kerl und er will mit Termine eine Brieffreundschaft führen, was doch irgendwie eine schöne Sache ist. Und das ist jetzt so dieser Punkt, wo Dumbledore eben klar macht, hey, also wir müssen unsere Referenzen beiseite legen, weil sonst sind wir verloren. Und das ist so ein bisschen auch wieder eine Gesellschaftskritik, finde ich, weil im gesamten Fortlauf sehen wir diese Sturheit und die Eingefahrenheit der Gesellschaft, wie man halt Vorurteile nun mal hat und alles, aber teilweise auch nicht bereit ist, darüber hinwegzusehen. Und wenn dann der Punkt gekommen ist, wo diese ernsthafte Gefahr ist, dann checken alle, okay, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir sind eh schon jetzt quasi getrennt vom Ministerium unterwegs, weil das Ministerium das eben nicht checkt, was ein anderer Punkt ist, wo ich am Ende drauf zu sprechen komme. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt uns nicht auch noch wegen irgendwelcher Ländergrenzen oder so entzweien. Das ist jetzt super wichtig. Also ich finde, das ist eine gute Lektion und auch eine sehr gute Entwicklung sozusagen. Man hat hier halt wirklich eine Entwicklung. Es wird nicht von vornherein gleich gesagt, so, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, das muss sich erst entwickeln und so. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, das könnte mehr sein. Also es könnte jetzt auch im fortlaufenden Verlauf der Geschichte mehr so internationale Bündnisse geben oder sowas. Oder das hätte auch hier viel mehr sein können dafür, dass das genau der Band ist, wo das das Hauptthema ist durch das Trimagische Turnier oder die Weltmeisterschaft und sowas. Hätte alles mehr sein können. Aber man muss auch immer sagen, das Ganze ist halt einfach eine Geschichte, die 20 Jahre alt ist. Man muss aber sowieso immer Bücher, Filme, generell Kunst in der jeweiligen Zeit sehen sozusagen. Das muss man sowieso immer. Aber man sollte deswegen nicht sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr lesbar oder so, nur weil manche Aspekte nicht mehr hundertprozentig akkurat in die Zeit passen. Das ist alles Blödsinn und Schwachsinn. Das kann man machen, aber da irgendwie mit erhobenem Zeigefinger sowas zu machen, ist völlig fehl am Platz. Und vor allem bei Harry Potter, was eine Geschichte ist, die eigentlich jeden und jede dazu gebracht hat, toleranter über die Welt zu denken. Also ich meine, mir würde nicht im Traum einfallen zu sagen, dass Harry Potter eine Geschichte ist, die einem lehrt, nicht tolerant zu sein. Nie und nimmer. Never ever. Aber und deswegen, ja, muss man das einfach so sehen. Und ich habe das jetzt hier versucht, ein bisschen zu analysieren. Aber wir schauen natürlich auch, dass wir jetzt weiter in der Geschichte kommen und uns nicht auf diesem einen Thema festfahren. Genau, wir sind immer noch an sich bei der Weltmeisterschaft. Von der Chronologie her, das Spiel findet tatsächlich statt. Die Leute, die nur die Filme gesehen haben, werden sich jetzt vielleicht wundern. Ja, im Buch gibt es tatsächlich ein Spiel bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Ja, und Irland gewinnt, während jedoch Krumm den Schnatz fängt. Was J.K. Rowling wahrscheinlich eingebaut hat, weil viele kritisiert haben, zu viel hängt in Quidditch irgendwie vom Sucher ab. So, es ist egal, was die anderen machen. Solange der Sucher den Schnatz fängt, hat sein Team eigentlich gewonnen. Und jetzt wollte sie wahrscheinlich zeigen, so, nein, 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 nicht immer. Es kann auch anders ausgehen, so. Es kann auch passieren, dass der Sucher den Schnatz fängt, aber sein Team trotzdem nicht gewinnt. Und das wollte sie wahrscheinlich zeigen und hat dann damit wahrscheinlich diese Unwahrscheinlichkeit dessen, aber auch gleich wieder gezeigt, dadurch, dass Fred und George eben diese Wette abgegeben haben und damit eine Riesenquote eigentlich bekommen haben von Backman. Da finden wir natürlich dann nachher auch aus, dass Backman gar nicht mal so ein guter Wettkandidat ist, weil er dann seine Wette am Ende gar nicht oder seinen Wetteinsatz nicht zahlen kann und alles. Und dann passiert die Sache mit Winky und Crouch, die auch in den Filmen einfach gar nicht vorkommt. Also Winky generell kommt ja nicht vor. Aber hier haben wir schon den ersten Vorboten dessen, dass diese ganze Hauselfenthematik in Band 4 richtig, richtig groß ist. Und das eigentlich mega crazy ist, dass sie die aus dem Film, so wie ich das jetzt gerade im Kopf habe, einfach komplett rausgestrichen haben. Ja, Leute, tatsächlich ist das ein Vorwurf, den ich ein paar Mal mittlerweile gehört habe. Ich glaube, ein bisschen auch im Zusammenhang dessen, dass man viele, viele Vorwürfe gegen Jacky Rowling mittlerweile hat, hat man wahrscheinlich versucht rauszufinden, was kann man vielleicht gegen die Geschichte noch so alles vorwerfen. Und ich war immer auf dem Standpunkt gestanden, Jacky Rowling kann mir komplett egal sein, mir scheißegal, ich muss mit der nicht befreundet sein, ich muss der auch nicht auf einer Bühne zujubeln oder so. Aber die Geschichte Harry Potter ist ja komplett unproblematisch. Also das ist ja eine Geschichte über Toleranz, über Akzeptanz. Also dass du niemanden vorverurteilen sollst für das, was er ist oder so. Oder dass es einfach eine tolle Geschichte ist. Und dann kamen Leute und haben gemeint, ja, aber das ganze Ding mit den Hauselfen, das verherrlicht ja schon ein bisschen Sklaverei oder so. Oder stellt das als etwas gar nicht so Schlimmes dar. Weil Hauselfen sind de facto einfach Sklaven, aber keiner kritisiert das. Und da war ich immer so, gee, what? Natürlich wird das kritisiert. Also habt ihr mal den vierten Harry Potter Band gelesen? Und dann ist mir das mal auch klar geworden, wenn man halt nur die Filme kennt, dann wird einem das nie klar, wie sehr das eigentlich kritisiert wird. Also ich würde sagen, das ist ein Riesenthema in diesem Buch, dass diese Sklaverei von den Hauselfen einfach scheiße ist. Weil Hermine das am laufenden Band kritisiert und diesen Club auch gründet, B.Elfe.R, wo dann Ron sich immer drüber lustig macht und das Belfer nennt. Was übrigens total bescheuert ist, weil was soll Belfer sein? Während das im Original S.P.E.W. ist, also Society for the Promotion of Elfisch Welfare. Und dann sagt Ron halt nicht S.P.E.W., sondern Spew. Und Spew ist halt tatsächlich ein Wort. Also das ist sowas, ich glaube, irgendwie so ein Aus, also ich glaube, wenn man sowas ausspuckt oder so, dann ist das ein Spew. Ich glaube, also eher so ein bisschen was Ekelhaftes. Und dann kann man verstehen, dass sich Hermine darüber immer ärgert, dass Ron einfach Spew sagt, weil sie will natürlich nicht, dass das irgendwie ein bisschen als was Ekelhaftes dasteht. Und dann sage ich immer so, ja, aber schaut doch mal, Hermine kritisiert das ja am laufenden Band. Und dann kommen die Leute, ja, aber sie ist die Einzige. Und alle belächeln sie dafür. Alle machen sie eigentlich dafür fertig. Und es gibt keinen, der ihr zustimmt. Und dann habe ich jetzt gemerkt, krass, das stimmt tatsächlich. Selbst ein Hagrid, der ja wirklich so eine Vorbildfunktion eigentlich ist, die sich auch der Leser so als Vorbild wahrscheinlich nimmt, wenn er noch ein bisschen jünger ist, selbst er sagt, ach Hermine, die Haushelfen, die wollen das doch und das war schon immer so und da kann man nichts dran ändern und jetzt hör mal auf mit deinem Kram. Ron, der sagt da sowieso nichts, weil Ron ist sowieso derjenige, oder Ron ist sowieso schon derjenige, der in der Zaubererfamilie aufgewachsen ist, für den das normal ist. Aber man hätte sich doch denken können, dass vielleicht wenigstens Harry, der genauso wie Hermine da jetzt nicht mit aufgewachsen ist, das jetzt damit so konfrontiert ist, dass er dann vielleicht auch auf Hermines Seite ist. Aber nein, selbst er ist nicht auf ihrer Seite. Und das, obwohl er ja eigentlich auch schon Dobby aus seinen Hauselfenzwängen befreit hat. Ich glaube, die einzigen Zustimmungen oder ansatzweise Zustimmungen, die Hermine kriegt, sind am Anfang einmal von Mr. Weasley, als diese ganze Winky- und Crouch-Thematik aufkommt, die halt während diesem krassen Todesserüberfall bei der WM ist. Da sagt Mr. Weasley irgendwie mal sowas zu Hermine. Ah, ja, Hermine, Hermine, du hast ja recht, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Elfenrechte zu quatschen. Und das ist ein guter Ansatz, weil er ihr an sich Recht gibt, aber auch sagt, ey, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und das ist ein guter Misch aus, er sieht ihren Punkt, aber ist so ein bisschen auch in diesem System gefangen, sodass er das auch nie wieder thematisiert. Er hat zwar recht, jetzt ist nicht der Punkt, aber er ist auch später nie wieder zu Hermine gekommen, und hat gesagt, okay, Hermine, jetzt können wir mal drüber reden. Und Dumbledore ist tatsächlich auch so ein bisschen auf Hermines Seite oder hat auch einen guten Punkt. Er beschäftigt zwar die ganzen Hauselfen in der Küche von Hogwarts, was man auch, wenn man die Filme nur gesehen hat, nicht wüsste. Also in der Hogwarts-Küche gibt es hunderte von Hauselfen, die nicht bezahlt werden. Und Dobby fängt da jetzt an auch zu arbeiten und er sagt halt, doch, ich möchte gern bezahlt werden. Und Dumbledore sagt, na gut, du willst Geld, dann kriegst du auch Geld. Und er erlaubt Dobby sogar, ihn irgendwie einen alten, schrulligen Kauz zu nennen oder irgendwie sowas. Also Dumbledore ist tatsächlich auch ein bisschen cooler eingestellt, aber sonst wird Hermine tatsächlich dafür immer ein bisschen belächelt und fertig gemacht. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, das soll ja scheinbar dem Leser suggerieren, dass Hermine irgendwie eine Spinnerin ist und alle anderen im Recht sind. Und das ist das, wo ich sage, nee, finde ich überhaupt nicht. Weil das habe ich nie so wahrgenommen. Ich hätte nie, also niemals habe ich gedacht, Hermine ist da eine Spinnerin und sollte mal irgendwie auf ihre, irgendwie sich da zurückhalten oder so. Ich war immer der Meinung, dass Hermine die einzige Vernünftige ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch als Kind gedacht habe, wenn ich es gelesen habe. Hermine ist halt die Intelligente. Hermine denkt immer ein bisschen weiter als alle anderen in ihrem Alter so. Und das ist, also da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der Harry Potter liest und sich danach denkt, okay, Sklaverei ist vielleicht gar nicht mal so eine schlimme Sache. Also Hermine, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch die Intention ist zu sagen, Hermine ist die einzige, die vernünftig ist. Und da muss ich, also ich muss auch sagen, wenn man, wenn man dann in der Hogwarts-Küche ist und man sieht zwar, wie ein Ron völlig austickt und sagt so, boah, geil, ja, gebt mir so viele Süßigkeiten, so viel Essen, wie ihr wollt und sich voll darüber freut, dass die Hauselfen ihm das alles hinterher schmeißen. Aber trotzdem wird das gleichzeitig kritisiert, wie man Winky sieht und sie ist völlig am Ende, weil sie eben von ihrem Meister rausgeschmissen wurde. und man sieht, wie krank dieses System eigentlich ist, dass ein Hauself so gebrainwashed ist, dass er sich so zugehörig zu seiner Familie fühlen muss, dass er da ja eigentlich gar nicht mehr auf sein Leben klarkommt und auch diese Sache, wenn dann die anderen Hauselfen sowas sagen wie, ah, bitte, bitte beurteilen Sie uns nicht an Dobby, Dobby ist ein bisschen verrückt, weil er bezahlt werden will, das gehört sich aber gar nicht für Hauselfen. Also ich habe das immer so wahrgenommen als, boah, das ist ein krankes System. Und das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. In Harry Potter wird viel krankes System sozusagen gezeigt, aber es ist in meiner Wahrnehmung schon immer eigentlich eine Gesellschaftskritik gewesen, weil das ist auch in der Realität so. Wir haben auch in der Realität ziemlich viel Scheiße in unserem System, aber es gibt dann immer so eine Handvoll von Leuten, die etwas dagegen tun wollen und alle anderen sagen, nein, nein, aber das war schon immer so und wir können dann nichts tun. Und das ist in Harry Potter genauso. Also, und ich habe das immer so wahrgenommen, Hermine ist die Vernünftige und alle anderen sind zu verbaut, zu, für die ist das zu normal, um sich einzugestehen, dass man da vielleicht was ändern könnte, darüber nachzudenken, ob die Hauselfen vielleicht nicht wirklich das wollen, weil sie vielleicht ein bisschen gebrainwashed sind. Vielleicht liegt das eben nicht in der Natur eines Hauselfen, dass sie dienen wollen oder versklavt sein wollen sogar. Das ist meine Sicht der Dinge. Also, ich fände, es hätte auch nicht geschadet, wenn ein paar mehr Leute auf Hermines Seite gewesen wären, aber ich finde es eigentlich eine gute Gesellschaftskritik und ich finde es auf keinen Fall irgendwie verherrlichend und geschweige denn denke ich, dass es irgendwie LeserInnen dazu bringt, dass sie Sklaverei irgendwie nicht schlimm finden. Okay, kommen wir mal von dem harten Tobak wieder ein bisschen zu den üblichen Harry Potter Themen, Coming of Age. Viel Drama wird jetzt passieren beim Trimagischen Turnier, das jetzt beginnt. Tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass nicht wie im Film die Schulen Durmstring und Bobaton direkt zu Beginn des Schuljahres auftauchen. Nein, die bekommen dann erst im Oktober so langsam an und was ich auch komplett vergessen hatte, in den Büchern sind Durmstring und Bobaton beides gemischt geschlechterliche Schulen, ist das das richtige Wort? Also, in den Filmen ist ja Durmstring eine reine Jungsschule, während Bobaton eine reine Mädchenschule ist und das ist in den Büchern einfach nicht der Fall. Also, in beiden Schulen gibt es sowohl Jungs als auch Mädchen und ich frage mich, wer da bei den Filmen auf die Idee gekommen ist, das so zu ändern. Also, jetzt, vielleicht war das so ein bisschen ein Stilmittel, um zu zeigen, hey, die Durmstrings sind voll die Harten und Bösen, während die Bobatons vielleicht ganz so in Ordnung sind. Was aber auch irgendwie crazy wäre, das so zu zeigen. Ich erinnere mich da immer sehr an diesen Auftritt am Anfang, wo die harten Jungs reinkommen, so boom, boom, mit der Feuershow und die Mädels kommen rein, so, aha, Blumen fliegen aus unseren Kleidern und Vögel zwitschern. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Aber, wie gesagt, hatte ich auch vergessen, tatsächlich, dass es in den Büchern eigentlich anders war. Es wird jetzt nicht groß damit thematisiert, aber irgendwann wurde mal gesagt, ein Junge von Bobaton kam rausgeklettert oder sowas. Genau. Dann wird die ganze Prozedur mit dem Feuerkerch passieren. Harry wird gezogen. Alle ticken aus. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Er ist doch viel zu jung. Karkaroff und Madame Maxim sind übelstauer, weil sie denken, dass Dumbledore hier cheatet. Und wir erfahren dann später von Sirius, oder der vermutet halt, sie wollten unbedingt Dumbledore schlagen, um ihm zu zeigen, dass er auch nur ein Mensch ist. Und das ist ja auch ein interessanter Punkt, weil es so ein bisschen nochmal einen Blick gibt, was Dumbledore für einen Stellenwert in der kompletten magischen Welt hat. Dass er nicht nur jetzt in Hogwarts irgendwie angesehen ist oder in Großbritannien, sondern irgendwie fast schon auf der ganzen Welt ist er so einer der mächtigsten Zauberer. Und sie denken, dass er dadurch vielleicht auch überheblich sein muss. Und sie wollen ihm mal zeigen, so schau mal, du bist zwar Dumbledore, aber wir können deine Schule trotzdem besiegen. Und deswegen sind sie jetzt richtig sauer, weil sie auch noch denken, dass er jetzt cheatet, indem er da zwei Schüler von seiner Schule reinbringt. Und da beginnt dann auch schon das Drama dann langsam, weil Ron eben nicht mit Harry redet, weil auch er denkt, dass Harry seinen Namen absichtlich und selber da in eine Feuerkreis reingeworfen hat. Und Hermine erklärt Harry und uns als Leser und Leserinnen dann sehr weise, dass das halt daran liegt, dass Ron immer schon im Schatten steht. Ron stand immer schon im Schatten von seinen älteren Geschwistern. Jetzt steht er schon ewig lange im Schatten von Harry, weil Harry immer derjenige ist, der die Aufmerksamkeit bekommt. Und dann träumt Ron halt auch irgendwie davon, mal irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und er weiß schon, dass er nicht wirklich beim Drehmagischen Tournee mitmachen will, aber er träumt so ein bisschen davon, dass er vielleicht da auch teilnimmt und dann Champion wird. Und dann kommt Harry und wird halt wirklich zum Champion. Und Ron denkt sich so, ach, fick dich doch. Also, come on. Und das kann man tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen, dass er dann mal so eine Phase hat mit 14 Jahren, auch ehrlich gesagt, also komplett Teenager halt, wo er sagt so, ey, ich hab grad echt keinen Bock auf dich. Und Harry ist natürlich genauso Teenager und macht einen auf, nee, ich will da auch keinen Schritt auf Ron zugehen. Also, da haben wir tatsächlich ein bisschen Drama. Und ich glaube, das ist der erste große Streit, den Ron und Harry haben. Also, im dritten Teil gab es ja schon ein bisschen Drama zwischen Ron und Hermine. Aber da war Harry noch so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber mehr noch auf der Seite von Ron. Und jetzt ist er tatsächlich mit Ron sehr zerstritten. Und er merkt so ein bisschen eine Phase lang, ja, mit Hermine ist zwar auch cool rumzuhängen, aber mit Ron ist eigentlich auch immer ein bisschen lustiger. Und das ist interessant, was das eigentlich für die Dynamik in dem Teil so ein bisschen ist, weil die waren eigentlich immer so zu dritt unterwegs oder Harry war nur mit Ron unterwegs, aber es gab noch nie so eine Zeit, wo Harry so nur mit Hermine Zeit verbracht hat. Dass das jetzt irgendwie mal so auffällt, also es mit nur Hermine ist zwar auch schön, aber nicht das Gleiche wie mit Ron. Interessant. Wir haben dann Fake Moody, der den Schülern die unverzeihlichen Flüche beibringt, wo ich mich immer schon frage, warum zum Henker macht er das denn eigentlich? Also ich meine, es würde tatsächlich irgendwie zum echten Moody vielleicht passen, abgesehen davon, dass er da den Schülern, also ich weiß nicht, der echte Moody ist zu hart gesotten und so, aber würde er den Schülern zeigen, wie eine gefolterte Spinne aussieht oder wie man tötet und so, würde er das machen? Würde er an den Schülern den Imperiusfluch ausprobieren? Und müsste das nicht eigentlich, wenn das über Wochen und Wochen geschieht, irgendwie Dumbledore mitkriegen und kritisieren und so? So, das wäre jetzt so mit dem Ganzen, was wäre mit dem echten Moody? Aber wir wissen ja nur, dass das nicht der echte Moody ist. Das ist ja ein Todesser. Warum kommt jetzt ein Todesser daher und bringt Harry fucking Potter bei, wie er einen Imperiusfluch abschüttelt? So, was ist das denn für eine Vorbereitung? Da ist Voldemort ihm wahrscheinlich überhaupt nicht dankbar für, weil Harry jetzt sich am Ende bei dem Duell gegen Voldemort voll dagegen wehren kann. Und wer hat es ihm beigebracht? Voldemort ist angeblich treuester Diener. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn, so. Weiteres Drama passiert dann, weil die ganze Schule im Grunde jetzt Harry hasst, alle denken halt so ein bisschen wie Ron, ja, der berühmte Harry Potter muss sich immer in den Vordergrund drängen und machen dann diese Anstecker, beziehungsweise ich glaube, die sind tatsächlich von Draco gemacht, Potter stinkt, wir unterstützen Cedric Diggory. Das ist natürlich alles sehr, sehr viel so Highschool-Drama. Und die erste Aufgabe geschieht, Harry muss gegen den Drachen kämpfen, hat davor noch so ein bisschen von Hagrid mitgekriegt. Im Grunde alle Champions haben vorher das irgendwie schon erfahren von ihren Schulleitern und Schulleiterinnen. Und im Anschluss entschuldigt sich tatsächlich Ron bei Harry. Er hat gecheckt, okay, Harry, du musst echt, du müsstest wahnsinnig gewesen sein, dich da mit Absicht reinzuwerfen in diesen Vokal. Und er entschuldigt sich und sie sind wieder befreundet und das ist doch eine schöne Sache. Der Weihnachtsball passiert, das ist ganz lustig, wir haben wieder Highschool-Drama, weil jetzt geht es zum ersten Mal so, ah, man muss tanzen mit Mädchen, man muss sich ein Mädchen suchen und Harry und Ron beweisen hier ihre absolute Inkompetenz, dass sie das irgendwie nicht gescheit hinkriegen, während wir dann so eine lustige Situation haben, wo Ron zu Fred sagt so, ja, hast du denn schon jemanden? Und Fred so, Angelina, willst du mit mir zum Ball kommen? Und Angelina so, ja, klar, warum nicht? Und Ron und Harry denken sich so, oh, shit, aber wir kriegen das nicht so lässig hin. Ist ein bisschen lustig. Aber diese ganze Thematik ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass hier jetzt schon so richtig angedeutet wird, dass Ron tatsächlich vielleicht ein bisschen an Hermine interessiert ist, weil er so krass sauer ist, dass sie mit Krumm geht, anstatt dass er sich irgendwie freut, oh mein Gott, geil, du hast hier diesen berühmten Krumm, dir gangelt oder so. Aber nein, er ist richtig sauer, weil er richtig, richtig eifersüchtig ist. Er hat ja davor erst dann irgendwie so einen blöden Kommentar, ach Hermine, warte mal, du bist ja ein Mädchen, wir könnten dich auch fragen. Und dann ist sie so, aber mich hat schon jemand gefragt und er noch so, ja, ja, genau. Weil er dann eben merkt so, ah, scheiße, ich glaube, ich würde vielleicht von der Hermine was wollen. Und dann merkt er so, ach, fuck. Und dann hat auch noch diese berühmte Quidditch-Spieler sie gekriegt. Ja, das ist für ihn alles sehr schwierig. Harry ist dann wegen Joe sehr traurig, wo ich überrascht war. Ich dachte, ich habe Harry Potter schon oft gehört, aber irgendwie hatte ich im Kopf, dass diese ganze Joe-Thematik erst im fünften Teil aufploppt. Und, ja, aber macht auch Sinn, dass sich das vielleicht schon über ein bisschen längeren Zeitraum so ein bisschen anbahnt. Die ganze Hagrid-Halbriese-Thematik passiert. Und das ist nochmal was, was dieses Thema Rassismus ein bisschen zeigt. und gleichzeitig halt Toleranz, was ein großes Thema immer bei Harry Potter ist, dass jetzt auf der einen Seite es diese Leute gibt, die das übelst schlimm finden und jetzt irgendwie Hagrid als Monster bezeichnen und alles. Aber auf der anderen Seite sind wir, die Hauptfiguren, Harry, Ron, Hermine, die sind zwar alle ein bisschen überrascht, beziehungsweise Ron ist der Einzige, der so richtig überrascht oder geschockt vielleicht auch erstmal ist. Hermine ist so ein bisschen so, ja, habe ich mir schon gedacht, irgendwie sowas ähnliches wird das halt sein und Harry ist halt so, hä, warum soll das irgendwie ein Problem sein? Ich check's nicht, was soll das Problem sein? Aber das ist eben das Thema, was wir für uns ein bisschen lernen, so, hä, es kann uns doch scheißegal sein, ob du jetzt ein Halbriese bist oder nicht. Wir wissen, du bist ein netter Kerl, also, was soll das ganze Drama? Und das ist eigentlich wieder mal so ein schöner Punkt für Toleranz. Alle Menschen sollte man nicht wegen ihrer Herkunft, ihres Seins vorverurteilen, sozusagen, sondern einfach als das Sehen, was sie sind. Ein netter Mensch oder vielleicht nicht ein netter Mensch. Zwischendurch haben wir noch ganz viel Backman, der Harry bei den Aufgaben helfen will, wo man sich immer fragt, warum macht er das? Ist der Vorwand mit, ja, Harry, du bist da ja unfairerweise reingekommen, deswegen will ich die ein bisschen unterstützen, so, ist das der wirkliche Grund oder gibt es da noch was anderes? Dann gibt es auch einen Moody, der auch die ganze Zeit Harry unterstützt und dann irgendwie so was sagt, ja, Cheaten ist ja ein bisschen Teil des Turniers, wo man sich aber auch schon fragt, was steckt da dahinter? Das passiert so die ganze Zeit so ein bisschen. Dann haben wir immer mal wieder Hagrid's knallrümpfige Kröter oder die Niffler. Das war auch nochmal ein kleiner Moment, wo ich irgendwie im Kopf hatte, dass das nochmal ein zweiter Streit war zwischen Ron und Harry, aber das war eigentlich gar keinen Streit, das war nur dieses Ding, dass sie diese Niffler kennenlernen und Hagrid irgendwie sowas sagt, ja, das Gold, was sie jetzt gesucht haben da, das war ja nur Leprechaun Gold und das ist, das verschwindet ja nach 24 Stunden wieder und Ron ist so, hey, Harry, das Geld, was du mir bei der Quidditch-Weltmeisterschaft gegeben hast, oder was ich dir bei der Quidditch-Weltmeisterschaft gegeben habe, du hast mir nie gesagt, dass das verschwunden ist und Ron ist dann so, ja, muss toll sein, wenn man so viel Geld hat, dass man nicht mal bemerkt, wenn irgendwie ein Haufen Gold verschwindet und ich hatte irgendwie den Kopf gehabt, dass es nochmal so ein Streit geworden ist, aber es war nur dieser eine Kommentar von Ron, woraufhin sich Harry schlecht fühlt, weil er so viel Geld hat und Ron nicht und das war es auch schon, aber ja, wir haben Hagrids Unterricht wieder mit den üblen Kreaturen, auf die eigentlich keiner Bock hat, dann kommt Professor Raue Pritsche, die dann einen vollen geilen Unterricht macht, zumindest für die Mädels, und Hermine ist dann so ein bisschen so, ja, es ist schon eine gute Unterrichtsstunde gewesen jetzt bei Raue Pritsche und Ron und Harry sind so, sagt, dass Hagrid viel ein besserer Lehrer ist, weil wir Hagrid mögen und ich denke mir so, ja, aber tatsächlich ist vielleicht Professor Raue Pritsche wirklich die bessere Lehrerin, auch wenn Hagrid vielleicht netter ist, aber naja, das ist alles, was noch so ein bisschen dazwischen passiert, dann haben wir die zweite Aufgabe, wo Harry natürlich den Helden spielt, weil er alle Geiseln versucht, aus dem Schwarzen See zu befreien, am Ende aber dann dennoch gewinnt oder gerade deswegen gemeinsam mit Cedric auf Platz 1 steht und dann kommt die dritte Aufgabe. Ja, ich glaube, ich habe auch wieder viele Dinge jetzt noch so übersprungen, die so zwischendrin alle passieren, aber ich musste hier jetzt auch wirklich sehr viel kürzen, ich glaube, der Potter Talk wird sowieso wieder ein bisschen länger als die letzten beiden, aber ja, wir sind jetzt bei der dritten Aufgabe, Harry und Cedric starten gemeinsam in den Irrgarten, Harry wundert sich noch so ein bisschen, warum gar nicht so viel passiert, bis dann irgendwann eben er und Cedric gemeinsam vor dem Trimagischen Pokal stehen und sich denken so, okay, das ist ganz lustig, wie sie sich dann so ein bisschen streiten, wer jetzt mehr verdient hat, den Pokal zu berühren zuerst, also jeder ist dafür, dass der andere es mehr verdient hat, es sind zwei sehr edle Teenager, ich weiß nicht, ob ich als Teenager auch so edel gewesen wäre oder ob ich gesagt hätte, einfach so, ja, scheißegal, dann nehme ich den halt, ich will gewinnen, so, aber nein, Harry ist natürlich sehr modest immer und ich glaube, er hat vielleicht auch einfach, ich glaube, er ist nicht einfach nur modest, ich glaube, er hat einfach auch keinen, gar nicht so sehr Bock auf den Pokal, also irgendwie auf der einen Seite schon, er hat dann zwischendurch so den Gedanken, okay, es wäre schon geil irgendwie, aber auf der anderen Seite hat er auch gar nicht so Lust drauf, es wird ja immer wieder beschrieben, dass Harry eigentlich immer gar keine Lust auf noch mehr Ruhm und Trouble hat und so, das ist so, das hat er schon genug, das hat er eh schon zu viel für seinen Geschmack, also ist es gar nicht nur so ein Eitel, ähm, Ding, Modesty, dass er jetzt sagt, okay, du darfst so, es ist nicht gar nicht so großzügig, es ist einfach nur so, ich habe keinen Bock, also mach doch du, aber sie entscheiden sich dann, na gut, dann machen wir es halt zusammen und sie landen dann am Friedhof, Wurmschwanz taucht auf, Voldemors Stimme ertönt, töte den überflüssigen Wurmschwanz, tötet den überflüssigen Cedric, so fucking grausam, es ist so unglaublich schnell passiert, ich habe das jetzt alles so oft schon gelesen, so, ich kenne das alles, ich weiß, was passiert und trotzdem, ich hatte krasse Gänsehaut, einfach weil auch nochmal so knallhart, dieser simple, schlichte Satz kam, er war tot, und da ist mir wirklich nochmal so eine Gänsehaut gekommen und ich habe so gedacht, krass, ich glaube, das ist so der erste richtige Mord, der passiert, abgesehen von Frank Bryce, zu dem wir aber keine Beziehung hatten und Cedric ist halt einfach, einfach ein Schüler wie Harry, Ron, Hermine, wie Seamus, wie Neville, den wir mittlerweile auch schon ein bisschen besser kennen und alles und jetzt ist er einfach tot und wir checken zum ersten Mal so, was tot bedeutet so, also auch als Jugendlicher so, der ist jetzt nicht verletzt worden oder so, er ist tot und er wird nie wieder leben und ich glaube, dass das so der erste Moment war, wo man bei Harry Potter so dieses Thema Tod richtig begreifen kann, selbst bei Harrys Eltern, glaube ich, konnte man es davor nicht so greifen, weil die hat man auch nie kennengelernt, so, das ist halt so, das gibt es halt einfach nicht so eine, Cedric ist jetzt wirklich so, wir haben ihn kennengelernt als lebenden Menschen und jetzt haben wir gesehen, wie er tot ist und von jetzt auf gleich in der einen Sekunde hat er gelebt, in der nächsten Sekunde ist er tot. Das ist heftig, das ist auch wirklich kein Kinderbuch mehr, das ist sogar schon ein heftiges Jugendbuch, so sage ich mal. Harry wird dann der Arm aufgeschlitzt, er muss mit ansehen, wie Lord Voldemort ersteht, auch da wieder sehr dramatischer Satz, der letzte Satz vom Kapitel, Lord Voldemort war wieder erstanden. Boah, Junge, 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 dann gibt es noch ein bisschen Kampf zwischen, oder ein bisschen, ein bisschen das Übliche, das jetzt der Bösewicht, bevor er versucht, den Protagonisten zu töten, erstmal zehn Minuten lang seinen langen, langen Plan erklärt, wie er zu dieser Situation jetzt gekommen ist, dann duellieren sie sich ein bisschen, sie sind sich ebenbürtig, und der Zauberstab wird dazu gezwungen, seine letzten Zauber sozusagen wieder zu zeigen, und deswegen sieht Harry nochmal die letzten paar Morde von Voldemort, er sieht Cedric, der ihn bittet, seine Leiche mit zu seinen Eltern zu nehmen, er sieht tatsächlich seine Eltern, was auch sehr tragisch und dramatisch ist und alles, und dann kommt Harry zurück, und er ist ja einfach fucking traumatisiert, also das musst du dir mal vorstellen, also das musst du dir mal vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon so sehr gefühlt hatte, wie diesmal, ich hab's diesmal sehr intensiv gefühlt, ich hatte die ganze Zeit über Gänsehaut, ich weiß nicht, ob ich das Kind auch so sehr realisiert habe, wie dramatisch und tragisch und traumatisierend das einfach Harry sein muss, was er dadurch leben musste, es war eh eine stressige Zeit, und dann sieht er, wie dieser Typ vor seinen Augen ermordet wird, dann kriegt er den Arm aufgeschlitzt, und dieser absolute Motherfucking-Mörder wird einfach so zum Leben wieder auf, er weckt, steht da vor ihm, duelliert sich mit ihm, will ihn töten, Harry ist jetzt einfach, glaube ich, richtig am Ende, und muss dann auch noch irgendwie mit den Eltern von Cedric reden, wo ich mir auch denke, boah, das ist übel, stell dir vor, du bist 14, hast irgendwie gesehen, wie so ein Mitschüler getötet wird, und jetzt musst du mit den Eltern reden, und hoffen, dass die nicht irgendwie dich dafür verantwortlich machen, und du machst dich gefühlt eh schon selbst zu viel dafür verantwortlich, und ey, Junge, 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 das ist alles einfach krank, und ich glaube, dann kommt so eine der längsten und aufwendigsten Aufklärungen, Auflösungen eines Harry Potters Buches ever, also da muss so viel irgendwie aufgelöst werden, diese ganze Sache mit Fake Moody, also was Crouch, sein Sohn, die Mutter, und Winky da alle zusammen abgezogen haben, wie dann Crouch tatsächlich gestorben ist, wie, was es mit Snapes und Karkaroffs Gebaren über die ganze Zeit auf sich hatte, die haben sich ja immer mal wieder so getroffen, und so heimlich geflüstert, und ja, es wird stärker, es wird stärker, was es damit eben auf sich hat, diese ganze Sache, dann mit Backman, mit Rita Kimco, und was da am Ende passiert, also, es ist alles ein riesen, riesen Komplott, ein riesen Konstrukt, was alles im Film irgendwie viel, viel kleiner, in viel kleineren Rahmen einfach ist, also ich glaube, diese ganze Crouch und sein Sohn-Thematik wurde im Film gar nicht richtig aufgeklärt, und so, und das ganze Zutun von Winky, was die damit zu tun hatte, sowieso nicht, weil die einfach als Figur nicht vorkommt, alles irgendwie ein bisschen schade, aber auch da sage ich wieder, vielleicht ist es gar nicht so schade, ich liebe das tatsächlich, oder ich genieße immer so ein bisschen die Momente in den Büchern, die in den Filmen nie vorgekommen sind, weil die sind dann im Buch noch ein bisschen besonderer, sag ich mal so, besonderer, ja, und jetzt kommt tatsächlich etwas, was, ja, sehr, sehr gut übertragbar, finde ich, ist in unserer Welt, Fatsch ist einfach, wie ein Corona-Leugner, oder wie ein Klimakrisen-Leugner, er kriegt die harten Fakten auf den Tisch, ja, Voldemort ist zurück, wir haben hier auch tatsächlich ein paar Dinge, die dafür sprechen, Harry, die Dinge, die der Fake Moody quasi gestanden hat, dann Snape, der hier sein dunkles Mal zeigt, schau, es ist dunkler geworden und alles, was denken sie, warum Karkarow geflohen ist, ja, diese Fakten kriegt der Zaubereiminister alle auf den Tisch, und er sagt trotzdem, ach, ihr seid doch alle Spinner, und das kann alles gar nicht sein, und ich werde nichts tun, und ich rieche hier einen Komplott, eine Verschwörung, das ist alles voll übel, er hat einfach keinen Bock, sich einzugestehen, dass Voldemort vielleicht wirklich zurück ist, weil das würde ja bedeuten, dass er was tun muss, und dass er Mut beweisen muss, aber das ist ihm, das kann er nicht, er will lieber so alles weitermachen, wie bisher, und deswegen ist es das Einfachste zu sagen, hey, die sind alle Spinner, und Voldemort ist nicht wirklich zurück, aber das kommt mir alles, wie gesagt, sehr, sehr bekannt vor, aus der Realität, es kommt zwischendurch tatsächlich, einmal das Zitat von Dumbledore, was eins der besten Zitate, aus der gesamten Reihe von ihm ist, schon bald werden wir uns entscheiden müssen, zwischen dem einfachen Weg, und dem richtigen Weg, ist super krass, weil der richtige Weg, ist nicht der Einfachste, der Einfachste ist oft der Falsche, und trotzdem, oder deswegen wird er halt schneller gewählt, weil es sehr leicht ist, man muss sich halt entscheiden, und vielleicht trennen sich dann die Wege, und so trennen sich jetzt die Wege, oder es wird zumindest angedeutet, dass das jetzt passieren wird, dass das Ministerium den einen Weg geht, und Dumbledore mit seinem Orden des Phönix eben den anderen Weg geht, und dass wir jetzt nicht einfach nur die eine gute Seite gegen Voldemort haben, die böse Seite, nein, wir haben Voldemort, der genau das erreicht, was er eigentlich erreichen möchte, die Leute zu trennen, sie zu spalten, und eigentlich wäre es das Schlimmste für Voldemort, wenn alle erfahren würden, dass Voldemort zurück ist, nein, er möchte nicht, dass die Leute zurück sind, Harry hat überlebt, und kann es den Leuten sagen, und trotzdem gibt es diese Idioten, die es halt einfach ihm nicht glauben, und dadurch werden die Leute gespalten, und Voldemort kriegt viel mehr Macht. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall richtig ernst, wir haben dann noch eine Zugfahrt, die wieder ein bisschen lustiger wird, wir hatten in den letzten Seiten auf jeden Fall ein bisschen deprimierende Stimmung, Fred und George kommen nochmal, klären die ganze Sache mit, Bagman auch und so, und am Schluss, das ist dann der letzte Satz vom Buch, ist, wie Harry denkt, was kommen würde, würde kommen, und wenn es da war, würde er den Kampf aufnehmen. Das ist ein krasser letzter Satz, und er zeigt uns, dieses jetzt ist die Kinderstory von Harry Potter wirklich zu Ende, die Jugendstory ist eigentlich auch schon fast zu Ende, jetzt sind wir mal so mehr im Jugend-slash-Erwachsenenbereich, würde ich fast sogar sagen, weil es schon irgendwie noch eine Jugendstory ist ab jetzt, aber es sind sehr viele Themen und Thematiken, die auch zumindest ich irgendwie erst so, oder worüber ich zumindest erst als Erwachsener viel nachgedacht habe, aber das ist auf jeden Fall was für den nächsten Teil. Ich habe auf jeden Fall Lust auf den nächsten Teil, auch wenn der ein sehr bitteres Buch ist, also der fünfte Teil ist nicht mein Lieblingsbuch, er ist sehr wichtig, das sind sehr viele Themen, sehr viele wichtige Themen, aber spaßig ist er auf jeden Fall nicht. Er wird sehr deprimierend, aber auch sehr wichtig, deswegen freue ich mich dennoch drauf, gerade weil Harry Potter eine Reihe ist, die zeigt, dass es viele deprimierende, bittere, unspaßige Momente gibt, aber zwischendrin gibt es dann doch immer die Lichtblicke. Wie Dumbledore schon gesagt hat, in den finstersten Zeiten müssen wir es nur schaffen, dennoch ein Licht leuchten zu lassen. Das nehmen sich die Bücher in den kommenden Teilen wirklich zu Herzen, aber ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert und wir sehen uns beim nächsten Potter Talk. Fuck, alter Umbridge, ey, wie sehr ich mich darauf freue. Jesus, oh mein Gott. Oh Mann, Mann, Mann.